hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge in minecraft auf unserem minecraft server so mir ist mittlerweile ein gewisses tunnel design eingefallen das werde ich euch aber noch nicht verraten das zeige ich euch dann bin aber ich brauche holz und mal per se wir haben es dunkel im übrigen hier mein weiner zu schenken und wie fährt aber nur zu ziehen so jetzt brauche ich erstmal an der ganzen bäume die ich hier gepflanzt hat die kommen jetzt einfach weg weil ich das holz braucht die eine seite vom tunnel hatte ich schon er bereit hat sage ich euch gleich aber auch noch aber erst mal machen wir ein bisschen holz das wirkenholz lassen wir erstmal das brauche ich gerade nicht und heute ist sonntag der tag vor silvester leute wo ich gerade für euch unterwegs bin zumindest wenn die folge rauskommt aufnehmen tue ich samstagabend jetzt gehen wir mal zu den viele viele aber ich brauche werte viele holz brauchen die idee die ich habe mal gucken wie das bei euch so ankommt wird er mir dann mal nachher in die kommentare schreiben wenn es dann soweit ist ich glaube den mod womit ich die bäume so schnell fälle den kennt ihr alle oder wir brauchen aber das haben wir nicht drum herum ganz so jetzt können die blätter weg gehen jetzt können die sachen runterfallen müssen nachher gucken wenn die blätter mal so weit weg sind ob irgendwo noch holz drin ist so wie da hinten aber das sehen wir dann wenn ich das nachher besser auf aber die verzweigungen sind gerade unvorteilhaft ja ich weiß es doch war eigentlich auch nicht so geplant so alles schön fleißig einsammeln hier war ich denn hier war ich weg ne ja nicht nehme ich mit zu v k ab 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 Nein, lass erst mal die... Reste jetzt weg, äh, die Blätter meine ich. Auf jeden Fall haben wir genug Setzlinge schon mal raus. Die eine Seite vom Tunnel, die habe ich auch schon verbreitert. Da geht es hier noch ganz gezielt zu. Ich hab die Blätter mit dem Tunnel. Ich hab die Blätter mit dem Tunnel. Wir haben eine Village hier. hier wie schon Seit das Tag wird, ist das schlecht nachts. Ich will gar nicht, was was ist. Für euch muss es unheimlich dunkel sein. Mal gucken, ob ich ein bisschen schneller steigen kann. Ich will das mal ein bisschen heller, liebe Leute, damit ihr das sehen könnt. Eigentlich reichen. Bisschen angenehmer für euch. So. Oh, oh. Wir schauen mal. Da ist noch Ulz, da sind noch Ritzlinge. Ich hoffe, ich hoffe. Raucherholz? Ich glaube, ich muss eine Bombe anbauen. Ja. 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 Ähm. Mal gucken, wo nur Setzlinge sind. Ja. 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 Wir kriegen das ganze mal ab. Ja. 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 Ich weiß nicht, ich lasse mir bei euch. Wo muss er noch ein Hauptstück sein? Nein, ist keiner da. Sind die da? Sind die Holzstücke? Ich habe die Holzstücke. dass sie noch weggewinnt. Ähm, die Kacke! die kann man nur so blinzern meine frisse ich hoffe jetzt habe ich so wir fliegen mal eine runde damit das ein bisschen geht ja ich könnte auch laufen aber ja 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 Das war's für heute. Das war ja mal ganz schön zu sehen. Das ist unmöglich los. Das muss ich später noch mal richtig machen. Naja, aber wir haben es nicht geschafft hier wirklich Holz fertig zu machen. Ja, wie auch. Naja, wo der Baum liegt, weil da muss ich nachholen. Dann aber alles, die alle so weit haben, ne? Naja, Setzlinge haben wir genug. Wir machen doch einen Ast. Ja, da ist er. Deswegen ist es auch nichts verschwunden hier. So, aber wir gehen mal schnell nach unten. Im Allzugtempo. So. Dann machen wir hier schon mal Brettchen raus, wa? Liebe Leute. Hm. Vielleicht kann ich euch dann in der nächsten Folge schon zeigen, wie ich mir das gedacht habe. Aber dafür muss ich erstmal Holz beiseite packen jetzt. Später dann. Alles vorbereiten. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt, Minecraft hier auf dem Kanal. Bis dahin. Tschö, Euer Jan. Vielen Dank.